Hallo, in diesem Video geht es darum, wie man das Schlusswort für eine Facharbeit formuliert. Zunächst möchte ich auf die Frage eingehen, wozu man eigentlich ein Schlusswort formulieren sollte. Ein Schlusswort ist der einzige Teil einer Facharbeit, in dem man eine persönliche Bewertung mit einfließen lassen kann. Das heißt, es ist der einzige Teil, in dem man schreiben kann, was man von dem Thema, das man verfasst hat, überhaupt selbst hält. Deshalb ist das schon ziemlich wichtig. Außerdem ist es wichtig für Leute, die nicht sehr viel Zeit haben. Denn wenn man die Einleitung und das Schlusswort einer Facharbeit liest, sollte man grob verstehen, worum es geht. Und nur die Leute, die sich dann wirklich mit einem Thema intensiv befassen wollen, werden dann den Hauptteil lesen. Nun möchte ich über die Herangehensweise sprechen, wie man so ein Schlusswort denn überhaupt verfasst. Als erstes sollte man das Ergebnis der Arbeit in groben Zügen zusammenfassen. Dann sollte man Probleme und Lösungswege gegeneinander abwägen. Falls vorhanden, sollte man an dieser Stelle auf Lücken der Facharbeit hinweisen. Als drittes sollte man deutlich machen, warum man welchen Standpunkt vertritt. Als viertes und letztes sollte man auf die zukünftige Entwicklung des Themas zurückkommen. Hier ist wichtig, dass die zukünftige Entwicklung des Themas erst ganz am Ende des Schlusswortes vorkommt. Zum Schluss noch einige Dinge, die ein Schlusswort richtig gut gelingen lassen. Man sollte Absätze zur logischen Gliederung machen. Man sollte Bewertungen eindeutig als eigene Bewertungen kenntlich machen, indem man zum Beispiel schreibt, Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem geholfen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.